Jay Riddle hat ein neues Video gegen Shuyuka rausgehauen und ich habe mir die ersten Sekunden angeschaut und gedacht, okay, das müssen wir zusammen im Stream schauen, denn er nimmt den Mund in den ersten Sekunden ganz schön voll. Ihr könnt es wahrscheinlich schon im Streamtitel lesen. Ich hatte getitelt, Jay Riddle zerstört Shuyuka und ob dem wirklich so ist, das werden wir gleich sehen. Ich bin ne Frau. Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem bisher aufwendigsten und ja, man könnte sagen, meinem persönlichsten Video bis jetzt. Es geht um die aktuellen Entgleisungen von Skandalnudel, Cancel Culture-Koryphäe Shuyuka. Sie ist das pure Böse. Furchteinflößender als eine wilde Bestie, eine gierige Bestie mit knuschenden Zähnen, die alles verschlingt, ein rachsüchtiges, der Hölle entsprungenes Bestie. Das ist absolut Rotze. Und ihrem derzeitigen Berserker-Modus auf Twitter, wo sie jetzt anfängt, sogar mir vogelwilder Dinge anzudichten. In den letzten fünf Tagen war sie ruhig. Es ist natürlich blöd, wenn man so ein wochenlang ein Video vorbereitet und dann die letzten paar Tage vor Erscheinen des Videos sagt sie dann nichts Dummes mehr. Aber die letzten fünf Tage hat sie sich genommen. Weil der auch der letzte Trottel zu der Erkenntnis kommt. Da kann doch was nicht stimmen. Also lasst uns das Jahr 2023 mit einem Knall beenden und hoffentlich zum allerletzten Mal jetzt Shuyuka so richtig zusammenfalten. Ungefähr so. Wem Shuyuka nicht sagt, das ist die Person, welche ständig mit Arrogan... Also jetzt werden ihre Fans wahrscheinlich rumheulen, dass du ihr die Existenz abgesprochen hast. ...Abfälligkeiten gegenüber normalen Leuten auffällt... Die Person, welche als Person des öffentlichen Lebens ständig gegen alle schießt bzw. Unsinn verbreitet und wenn dann Leute darauf eingehen, ist das in ihren Augen eine elfmonatige frauenfeindliche Hetz- und Hasskampagne gegen sie. Und sie macht einen auf... Ja, nicht nur das, das ist ein Mobbing. Also wenn ihr einen Wokey kritisiert, selbst wenn dieser Wokey eine Frau ist, dann ist das Mobbing, dann ist das eine antifeministische Hetzkampagne. Also sowas geht natürlich gar nicht. Auf Muster ist... Oh, nee. Maja, ernsthaft, sie steht wegen ihrer dummen Aussagen in der Kritik nicht dafür, weil sie eine Frau ist. Genauso wie Leo... Ja, das ist gar nicht mein Hauptkritikpunkt. Also dass sie dumme Aussagen tätigt, stimmt zweifellos. Aber das Ziel dieser Aussagen ist das große Problem. Sie will andere Leute vom Diskurs ausschließen, sie will sie canceln und das ist ihr bei KuchenTV auf Twitch zumindest gelungen. Bei Nemesis ist es ihr zumindest für 48 Stunden gelungen. Also das ist schon problematisch und wir sehen, wie sich Bundestagsabgeordnete, wie sich die Amadeo-Antonio-Stiftung mit Schuyoka solidarisiert. Also dieser Streit ist schon auf einer höheren Ebene angekommen. Es gab ja schon einige, die gefordert haben, dass Böhmermann sich der Sache annehmen sollte. Der stand auch lange in der Kritik wegen seinen Videos. Hat der sich jetzt hingestellt und gemeint, es läuft eine rassistische, rollstuhlfeindliche Hasskampagne gegen ihn, nur weil es ein paar Kommentare von dämlichen Antisemiten in die Richtung gab? Ich sage nein! Er hat sich hingesetzt und das nicht behauptet. Zu goofy. Aber nein, Schuyoka sieht Dinge, die andere nicht sehen. So hat sie auch erkannt, dass die super problematische Alicia Joe der schwarzen Community schadet. Und das ist so weit weg von der Realität, das glaubt ihr gar nicht, Leute. Ich habe Alicia vor kurzem auf dem Monte-Event kennengelernt und die ist super in Ordnung. Habe dort sogar ein Foto mit ihr und ihren Homies gemacht, mit denen sie da waren. Nette Leute, die hatten auch immer ein Feuer, wenn ich eins brauchte. Aber mal ernsthaft, dort hat mir Alicia auch erzählt, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie einer farbigen Person geschadet hat. Bis auf, ja, den Unfall im Garten letztlich. Ich werde heute endlich das Eichhörnchen umbringen, das immer unsere Tomaten klaut. Heute brauchen wir acht, mein Sohn. Ich möchte Bruschetta machen. Im Großen und Ganzen könnte man sagen, dass alles, was von Shuyokas Meinung abweicht, anscheinend problematisch ist. Und allein diese Ignoranz von Shuyoka ist so unangenehm. Manchmal denke ich, sie hat ein Brett vorm Kopf wie Lira beim Hürdenlauf. Aber als wäre ersteres nicht schlimm genug, gehen bei ihr Begriffe wie Nazis und transfeindlich lockerflockig von der Zunge. Als wäre es ein Guten-Morgenschatz. Und ey, wenn diese Universalwörter in ihrem Satzbaukasten mal nicht passen, dann kann man ja immer noch marginalisierte Gruppen vor den Bus schmeißen. Wenn man People of Color vor den Bus schmeißt. Oder aber man wird halt selbst Opferrollen-mäßig vor den Bus geworfen. Weil ich auch... Weil ich im Chat wegen der Amadeo-Antonio-Stiftung fragt, ich kann euch ja mal den, also ob es frauenfeindlich ist, wenn man Annette Kahanes Stasi-Vergangenheit kritisiert. Ich kann euch ja mal ihren Wikipedia-Artikel zeigen und da kann man echt, ja, schon ins Verzweiflung geraten. Wenn man Annette Kahanes Stasi-Vergangenheit kritisiert, wartet, 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 reaktion seit bekannt werden der IM-Tätigkeit. Schaut euch das gerne mal an, was hier... Genau, hier ist der Abschnitt, den ich euch zeigen wollte. Wenn man Annette Kahanes Stasi-Vergangenheit kritisiert, dann gilt laut Wikipedia folgendes. Ein stereotypes, antisemitisches Hassbild von Kahane war vor allem in rechtsextremen Kreisen schon länger gezeichnet worden. Die Politikwissenschaftlerin Rita Schellenberg sah dies schon in einem Porträt Kahanes von Thorsten Hinz in der Jungen Freiheit 2007 gegeben, in dem dieser Judentum, Verrat und Kommunismus in Form eines klassischen rechtsextremen Feindbildes kombiniert haben. Ja, wenn man Annette Kahanes Vergangenheit kritisiert, dann ist man nicht frauenfeindlich. Nein, also die haben hier eine wesentlich härtere Verleumdung. Dann ist man Antisemit. Also das legt zumindest dieser Wikipedia-Artikel hier nach. Also es geht noch viel härter. Es geht noch viel härter. Also Schuyoka hat noch nicht auf der maximalen Stufe eskaliert. Also Schuyoka könnte noch viel mehr, zumal sie ja die Rückendeckung von wirklich mächtigen Institutionen hat. Wie beispielsweise der Amadeo-Antonio-Stiftung. Also ich lese jetzt mal weiter aus dem Artikel. Die Untersuchung Salzbunds selbst zeigt eine weitere Häufung antisemitischer Angriffe auf Kahane-Akt 2015. Besonders markant in bildlichen Darstellungen. Fotomontagen in den sozialen Medien. Die Kahane mit Symbol des Judentums und des sowjetischen Kommunismus zeigten. Ach wohin das wohl kommt. Unter anderem publiziert von dem AfD-Abgeordneten Peter Bistron. Und danach in zahlreichen sozialen Netzwerken weiterverbreitet. Dazu kamen sexistische Gewaltfantasien. Wie sie besonders mit E-Mails an die Giftung stark vertreten waren. Und Morddrohungen. Ja, hier habt ihr dann noch die Frauenfeindlichkeit mit drin. Ja, also das ist... Schuyoka ist noch auf Level 3 und Kahane ist Level 80. Absolut. Also die Walkisten, die können noch viel mehr eskalieren. Also wenn ihr geglaubt habt, Schuyoka wäre schon die Spitze des Eisbergs. Es geht viel, viel schlimmer. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist da sicherlich eines der besten Beispiele. Aber ihr könnt euch beispielsweise auch die Stiftung Liberale Moderne ansehen. Die ist grün-nah. Die ist eher transatlantisch. Der Walkismus, der ist da sicherlich auch vorhanden. Aber der spielt nicht die zentrale Rolle. Und die verleumden ihre Gegner auf ähnlichen Niveau. Aber die Amadeo-Antonio-Stiftung, die kommt glaube ich keiner ran. Das ist nicht mehr zu erreichen. Ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen, um zu zeigen, wofür die Walkisten so etwas einsetzen. Warum sie solche harten Vorwürfe äußern. Sie äußern das nämlich mit einem Ziel. Schuyoka will die Leute aus dem Diskurs ausschließen, wenn sie in Frauenfeindlichkeit, eine Antifeministische Hatskampagne, Mobbing, was auch immer Vorwürfe, um sie zu canceln. Sie will diese Leute unmöglich machen. Aktuell gelingt ihr das nur so semi-gut. Also wie gesagt, KuchenTV ist gecancelt. Aber die Leute bekommen natürlich eine Menge Klicks, weil die Leute sehen, dass Schuyoka keine Argumente hat, aber demokratische Mindeststandards ablehnt und den freien Diskurs bekämpft. Also das ist mehr oder weniger die Situation. Schuyukas größter Feind ist aktuell der freie Diskurs. Und nicht mal ein ihrer eigenen Charakterschwächen oder irgendein besonders gut argumentierender YouTuber. Sondern der Feind von Schuyoka und auch von Walkies Algebraien ist der freie Diskurs. Wenn wir drei über die Argumente von diesen Leuten debattieren können, dann wird klar, dass sie keine Argumente haben. Sondern nur irgendein manipulatives Framing, wie zum Beispiel jede Kritik an unseres Frauenfeind. Das kann man machen, wenn man kulturelle Hegemonie hat. Das kann man machen, wenn man seine Gegner zensieren kann. Das kann man aber nicht machen, wenn ein freier Diskurs herrscht. Und deswegen bekämpft Schuyoka den freien Diskurs. Und bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, da sieht man das alles nochmal auf Steroiden. Generell scheint sie ein sehr schwieriges Verhältnis zu Bussen zu haben, so oft wie sie das Wort negativ verwendet. Ihre Schulzeit stelle ich mir so vor. Stopp! Stopp the bus! Ich bin... Au! Bevor wir so richtig reingehen in den Bruch, muss ich heute mal aus Befangenheit ein paar ernstere Worte an euch richten. Deshalb gibt es heute vor dem Start mal eine Minute nicht von Jay Riddle direkt, sondern vom Typen hinter der Maske, weil das Thema gerade sehr hochgekocht ist und ich es als wichtig empfinde, das mal nüchtern einzuordnen. So, kurz mal Real Talk, Jungs und Mädels. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video mache. Eigentlich hatte ich mich dagegen entschieden und wollte es nach Absturz von Schuyoka gut sein lassen auf diesem Channel. Meine Videos sind offensichtlich sehr humoristisch und satirisch gestaltet auch. Und gerade dann, wenn man den Humor nicht versteht, oder feiert, kann das schon etwas provozierend sein. Deshalb hatte ich mich darauf beschränkt, nur noch auf dem 2. Channel auf die Schuyoka-Thematik einzugehen, wo ich die Möglichkeit habe, in längeren Reactions das Thema größtenteils sachlich zu beleuchern. Ganz wollte ich die Sachen und die Cancel-Culture, welche sie in den letzten Wochen losgetreten hat, natürlich auch nicht unkommentiert lassen. Nur halt auf Jay Riddle, das reine Böse, habe ich mich zurückgehalten. Bei A, die Reichweite hier viel höher ist und B, sich hier vor allem mit Humor, Satire und Übertreibung geäußert wird. Und ja, das kann man immer mit einer Brechstange falsch verstehen, wenn man es dann unbedingt möchte. Jedenfall hatte sie nach außen hin kommuniziert, dass es ihr mit der Situation nicht gut geht und das... Ja, aus Schuyokas Sicht hast du sie pathologisiert, gemobbt, sich antifeministisch geäußert und ja, alles, was dazugehört und ihr wahrscheinlich Gewalt angedroht durch die kleinen Einschübe hier vorhin. Also das wird man dir sicherlich alles vorwerfen. Wollte ich für gegeben annehmen und wollte da jetzt nicht weiter Öl ins Feuer gießen, zumal ich mich ja hier jetzt schon geäußert hatte. Bis sie jetzt nochmal nachgetreten hat. Sie hatte sich wochenlang zu mir nicht auf Twitter geäußert und jetzt kommt sie um die Ecke mit maximal frechen Aussagen und maximal dreißen Framing, weshalb ich jetzt heute mein Recht auf Gegenschlag natürlich nutzen werde. Dafür werde ich die letzten Wochen aufarbeiten, was die sich so geleistet hat und damit das hier... Ja, und das ist absolut richtig. Also man darf diesen Walkies keinen Zentimeter geben, sondern man muss Gegenräder leisten. Sobald man ihnen einen kleinen Finger reicht, reißen sie einem den Arm ab. Also diese Leute wollen Unterwerfung. Diese Leute wollen keinen Diskurs auf Augenhöhe. Wenn es hier kein 30-Minuten-Video wird, kommt heute Part 1 und in ca. einer Woche kommt dann der zweite Part, der finale Part und dann ist die Sache für mich auch erledigt. Also meine lieben Spadiaten, setzen wir noch ein letztes Mal die Säge. Volle Fahrt voraus in die Fresse von Shoyoka und begrüßt mit mir Captain Jay Sparrow. Tja, das war wohl schon wieder eine Gewaltandrohung. Aus Shoyokas Sicht. Kapitel 1 Überemotional, überdramatisch Butto bei die Fische, wir haben uns alle geirrt. Jeder, der dachte, Shoyoka würde überemotional auf Dinge reagieren, kann jetzt einfach mal die Fresse halten. Ich bin nicht die Person, die toxisch ist. Ich bin... Also wenn man das behauptet, dann pathologisiert man sie laut ihrer Aussage. Nicht toxisch, ich bin nicht bösartig, ich bin nicht gefährlich, ich bin nicht böswillig, ich bin nicht hysterisch, ich bin nicht überemotional. Jetzt habt ihr es gehört, diese Adjektive passen alle auf gar keinen Fall zu unserer Shoyoka und die Antwort auf die Frage, ob sie jemals so gewesen ist, wird ausschließlich beantwortet mit... Niemals! Niemals! Leider, leider habe ich aber doch ein paar Dinge in meiner Recherche gefunden, die ja nicht so ganz deckungsgleich mit der Selbstwahrnehmung von Shoyoka sind und als ich die gesehen habe, habe ich vor Schreck, obwohl ich topfit bin, Schnappatmung bekommen. Äh, äh, ich... Also, dass die Bubble um Shoyoka herum überdramatisch ist, ist ja schon mal weit hergeholt, das ist ja ganz klar. Für Freirum-Re, der besten Freundin von Shoyoka zum Beispiel, kommt ja ein Tick-Tack auf Twitter, welches aussagen soll, dass die anwaltliche Abmahnung bald bei ihr eintreffen wird, schon einer Bombendrohung gleich. Das gibt eine Abmahnung. Tick-Tack. Und Dara, das ist der persönliche Sim von Shoyoka, der, der probiert hat, Shoyokas dumme Aussagen zu verteidigen und dafür ins Kreuzfeuer geraten ist. Dieser Dara, der sieht mit der Verbreitung von diesem bösartigen Thumbnail auch gleichzeitig einen rapiden Anstieg der Jugendkriminalität, weil dies suggeriere ja den 14-Jährigen, dass es ab jetzt in Ordnung ist, Frauen zu verkloppen. Wenn du 15-jähriger Junge bist und du schaust Kuchen-TV und Kuchen-TV wird wahrscheinlich... Also, andere Leute liegen hier von Nazis rücken oder ihnen ohne Grund Antisemitismus oder sonst irgendwas unterstellen. Das ist völlig okay. Anderen Leuten, ja, ein Thumbnail zu machen, wo der Gegner, den man mit inhaltlichen Argumenten widerlegt hat, verprügelt dargestellt wird, ganz, ganz schlimm, das stachelt nämlich zu Gewalt an. Also, ihr merkt, diese Walkies, die denken nicht universell, die denken tribalistisch. Sie dürfen alles, ihre Feinde dürfen nichts. von sehr vielen jungen Menschen geschaut. Kuchen-TV ist eben so ein Feind. Also, der darf Shuyuka natürlich nicht so darstellen, der darf Shuyuka eigentlich gar nicht kritisieren. Also, das ist das letztendliche Ziel. Sie suchen nur irgendwelche Punkte, mit denen sie Kuchen-TV unmöglich machen können. Sie würden jede Kritik, egal wie sachlich sie geäußert wird, so reagieren, solange diese Kritik eine gewisse Reichweite erreicht. Dann denkst du halt, das kann man mit Frauen so machen. Das ist okay. Nice. Erschwerend dazu kommt natürlich die fatale Aussage von Unmensch Tobias Huch, welcher sich in einer einstündigen sachlichen Reaction erdreistet hat, zwischendrin mal das Wortspiel zu machen. Wegen Freiraum Reh macht er vielleicht doch seinen Jagdschein. Das wird selbstverständlich als Gewaltandrohung geframed, weil ist ja schon realistisch, dass Tobias Huch bald mit einer AK-47 durch Spandau marschiert, nachdem er den Krieg in Israel eigenhändig beendet hat. Ihr merkt die Aussagen, der Woke Bubble könnte man schon als überdramatisch wahrnehmen und gehen ganz gerne mal Vollkaracho ins Leere. So, Yuka setzt dem Ganzen aber nochmal die Krone auf und blamiert sich so richtig mit dem, was sie so auf Twitter auskotzt. Nachdem Monte in ihrem Stream war und privat reden und ihr Frieden angeboten hat und die Hand reichen wollte, war ihr Kommentar dazu auf Ja, das ist eine Gewaltandrohung. Also wie soll man das auch sonst interpretieren? Ernst danach auf Twitter? Auszug aus dem Stream heute. Werde ich dann privat geklatscht oder wie ist der Plan? Richtig, Shoyoka. Überhaupt nicht überdramatisch. Genau das meinte Monte, der böse, böse Schläger mit Hand reichen, ja. So macht er das immer. Das konnte ich auch beim Monte Event beobachten, wie er all seinen Jungs zur Begrüßung die Hand gereicht hat. Sah genau so aus. Aber Leute, es kommt noch viel besser, als Monte diesen Tweet lesen wollte und im Stream darauf eingehen wollte, wie weit weg das von der Realität ist. Blockierst du ihn auf Twitter und meinst, Ich habe ein Dutzend Accounts, die an dieser monatelangen Hetze beteiligt waren, blockiert. Monte lockt sich während seinem Livestream vor 25.000, uhu, auf den zweiten Account ein, um die Sperre zu umgehen und weiter über mich zu sprechen. Das ist alles so absurd. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Sie lässt so ein Bullshit vom Stapel frame Monte als Frauenschläger vor 70.000 Twitter-Followern? Und wenn man dann darauf eingehen möchte, als betroffene Person, auf diesen Verkehrsunfall von Tweet, dann ist das absurd? Komm mal klar, dein Monte ist ein Schläger-Tweet, ist so weit hergeholt. Ich frage mich, wie sich Shuyoka Monte vorstellt, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt und seine Familie grüßt. Mir mo- So absurd dieses Verhalten schon Shuyoka wirken mag, das hat ein Ziel, das hat einen Zweck. Sie macht das, ähm, ja, aus rationalen Beweggründen. Sie will Monte canceln, sie will Monte in die Nähe von Gewalt rücken. Egal, wie verzweifelt sie es, äh, versucht. Wenn sie es häufig genug macht und, äh, wenn es genug andere Woke-Canceler gibt, die da mitmachen, dann kann das eventuell Erfolg haben. Oh! Papa! Niño! Bueno! Ich glaube, du solltest mal von dem Narrativ herkommen, dass alle Männer immer auf Gewalt gegenüber Frauen aus sind. Dein ganzer Twitter-Verlauf ist sein einziges Mann gegen Frau. Dazu aber mehr im zweiten Teil. Steht schon alles bereit auf der Festplatte. Keine Sorge, und es wird gleich noch besser. Vorher möchte ich aber an der Stelle an euch appellieren, dass ihr, meine lieben Zuschauer, in den Kommentaren, auch wenn das Thema heißt, das weiß ich, weil ihr ein weißer Hetero-Cis-Mann sagt, Kommentarschritt, oder Woman for Trump, aber ich möchte nicht noch mehr Angriffsfläche bieten, wie ein Plus-Times-Model beim Völkerbein. Und by the way, heute gibt es leider kein Update dazu, wie es mit der Liebe meines Lebens, Saschka, läuft, aber seid gewiss, wenn ich sage, ich bin bereit, alles für sie zu geben. Alles! Ansonsten danke ich natürlich für jede Bewertung des Videos und jedes Teilen hilft, unsere Message zu verbreiten, dass wir uns den ganzen Bullshit und die Cancel-Culture, welche hier aufgerufen wird, nicht gefallen lassen, wenn sie unbegründet sind. Folgt mir, tapferen Spadiaten und Krieger des Internets. Das heißt unbegründet. Also, große Digitalkonzerne sollten allgemein nicht darüber entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht. Also, wenn ein Kuchen-TV gesperrt wird, dann ist es vollkommen egal, was er gemacht hat, solange das von Amazon entschieden wurde. Also, solange ein großer Digitalkonzern gesagt hat, die Sperre jetzt diesen oder jen, ist das immer falsch. Sowas hat in einem Rechtsstaat ein Gericht zu entscheiden und kein Großkonzern aus den USA und auch kein Großkonzern aus China oder von irgendwo anders hier. Es hat in einem Rechtsstaat überhaupt kein privates Unternehmen zu entscheiden. Jetzt erheben wir uns gegen den Bullshit. Es geht weiter, dass Anhänger von Shuyoka Tobias Huch Doxing vorwerfen und dieses Video ohne Kontext zeigen und mit Piepen bearbeitet haben, um zu framen. Wo habe ich sie versucht zu doxen? Das ist auch gelogen. Ist einfach gelogen. Ich meine, ich bin fair zu ihr. Sie nicht. Sie dreht hier komplett durch. Geht ins Private. Shuyoka war heute Essen in Berlin, in Berlin, in so einem veganen Restaurant. Das heißt, Grüße gehen raus an Shuyoka. Das Restaurant, wo sie war, ist übrigens sehr, sehr gut. Also wenn ihr vegan essen wollt, in Berlin, näher der Stabiler Laden. Das klingt jetzt heilig beängstigend. Ist es auch. Sie ist Auto gefahren oder Bus gefahren, keine Ahnung. um dort essen zu gehen. Das ist einfach mal eine *** von wo sie eigentlich ist entfernt. Quer durch Berlin. Einfach komplett durch Berlin. Sieht böse aus, wenn man das sieht, oder? Wenn man das auf Twitter sehen würde, uh, da denkt man sich nur, nee, das ist das Widerwärtigste, was ich bisher gesehen habe. Fakt ist aber, dass die Pieper-Teil sehr manipulativ gesetzt wurde, welches sie Aussagen unnötig emotionalisieren. Die eigentliche Geschichte war wohl, dass Tobias hoch zugetragen wurde, dass Shuyoka sehr schlecht und lautstark in dem besagten Restaurant über Tobias geredet hat. Und Tobias hatte dann dieses Restaurant geleakt und das über sechs Stunden später im Stream, wo sie nicht mehr da war. Und jetzt kommt der Hammer. Wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer. Einzigartig. Das Restaurant ist über eine Stunde Fahrtweg nach Spandau, wo Shuyoka unseres Wissens nach lebt, entfernt. Shuyoka und Anhänger, das ist trotzdem, so eine Aktion von der Kategorie muss jetzt nicht sein. Also, muss ja nicht sagen, wo der andere häufiger zum Essen geht. Das ist kein Doxing. Allein die Sache, dass Shuyoka ist jetzt natürlich lange nicht so schlimm, wie wenn wir in die Wohnadresse doxen würden. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Da muss es trotzdem nicht sein. ...öffentlich gemacht hat, dass sie aus Spandau kommt, wäre schon mehr Doxing als das, was Tobias Huch gemacht hat. Nein, das wusste ich gar nicht. Ich möchte die Aktion an sich auch nicht gut reden. Ist natürlich trotzdem kein geiler Move von Huch. Eventuell wollte sie ja nochmal zu dem Restaurant hin und fühlt sich da jetzt unwohl. Aber hier von Doxing zu sprechen, ist übertrieben. Aber ey, ich verstehe schon, Doxing hört sich halt dramatischer und emotionaler an. Genauso dramatisch und über emotional wie das hier. Kuchen hat jetzt Tobias Huch geradet, damit der Staffel auf der Heads-Kampagne im nächsten Stream weitergemacht werden kann. Wenn man schon zu zehnt auf eine Frau draufhauen kann, dann anständig, so kommt mir das zumindest rüber und das ist gleich doppelt peinlich und dreifach dämlich, weil ja, KuchenTV hat Tobias Huch geradet, nachdem er auf ihren drei Stunden Die Gwokis kennen nur Freund oder Feind, wenn sie kritisiert werden, dann ist derjenige, der das tut, ein Feind und es ist völlig egal, welche Position er sonst hat. ... Bullshit-Stream reagiert hat, aber Tobias Huch hatte Shuyoka danach nicht mehr großartig thematisiert. Die haben im Laufe des Streams über völlig andere Themen geredet, aber Hauptsache schreiben, der Staffellauf der Heads-Kampagne im nächsten Stream weitergemacht werden kann und zu zehnt auf eine Frau draufhauen. Klingt ja dramatischer, als sie haben im Stream über Israel und eine Arte-Doku gesprochen und selbst wenn dir der Fauxpas erst im Nachhinein aufgefallen ist, dass sie über komplett andere Hauptthemen gesprochen haben und du das dann nicht korrigierst im Nachhinein, fragt man sich halt Das Beste ist aber der Anhang, wo sie mitten im Screenshot beweist, dass der Raid stattgefunden hat. Ey Shuyoka, wir glauben dir, dass es ein Raid gab. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist, wenn man seine Zuschauer am Ende seines eigenen Streams weitersendet und das ist gang und gäbe auf Twitch den Stream gemacht. An der Stelle, ihr könnt ja gleich mal einen Chat schreiben, an den ich euch gleich raiden soll, wenn dieser Stream ja vorbei ist. Deshalb belege uns doch nicht das, sondern lieber deine harten Anschuldigungen, dass Tobias Huch Hetze betreibt in seinen Stream, mit konkreten Clips, wo er Hetze betreibt. Die Tatsache, dass Tobias Huch geradet wurde, ist doch kein Beleg dafür. Ihr werdet jetzt denken, war locker nur als Untermalung gedacht, das Bild, aber nee, man muss sich ja solche dummen Takes von Shuyoka anhören. Wir merken uns, ich habe heute stundenlang alles, was ich geschrieben habe auf Twitter mit Clips und Screenshots belegt. Ey, ich will mein Kopf gegen die Wand tauen. Kein Wunder, dass man denkt, dass du hetzt und lügst, wenn das einer von deinen tollen Belegen sein soll. Weitere tolle Belege schauen wir uns übrigens in Part 2 an, aber der Joke an der Sache ist, alleine dieser Tweet ist schon wieder eine Lüge gewesen. Shuyoka war nur wenige Minuten überhaupt ein Thema und das auch nur, weil du den ganzen Abend über diesen Mann getwittert hast, warst du das. Und obwohl das Thema riesig ist, du ihn mit reingezogen hast in die Thematik und man locker ganz viel über deine ganzen Fauxpas hätte reden können, hat er sich entschieden, mit 4000 Zuschauern Israel zu thematisieren. Wo war das bitte eine Hetzkampagne gegen dich? Warum ist immer alles eine Hetzkampagne gegen dich? Wie kann man so überdramatisch sein? Das ist absolut Gewotze. So, ich hab jetzt einen Beruhigungsstil getrunken, mal weg von diesem ganzen überemotionalisierten Quatsch von Shuyoka und rein in etwas, das einfach lustig ist und auch mein persönliches Highlight. Als Monte bei Shuyoka im Twitch-Chat war und sie logischerweise auf seinem Event nicht eingeladen ist, das sollte klar sein, passierte folgendes. Weißt du, was das Highlight war, Bro? Was sagst du? Weißt du, was das Highlight war für mich? Sie sagt, sie sagt, Bro, ich lad dich auch nicht zu meinen Events ein. Mal davon abgesehen, dass das so ein herrlicher Kindergarten-Konter ist, nach dem Motto, ich bin nicht auf deiner Party eingeladen, ey, auf meine tollen Partys bist du auch nicht eingeladen. Bitte, Shuyoka, kümmere dich lieber darum, dass du vernünftig streamst und Content machst, in Klammern wohlgemerkt, ohne gegen Leute zu hetzen, dann stört das nämlich auch keinen. Dann läuft es bei dir finanziell auch wieder besser, denn gerade hat keiner Bock auf deine Low-Budget-Partys zu gehen, wo du aus Kostengründen gleichzeitig Türsteher, Garderobe, Bedienung und DJ machst, während Freiraum Reh auf der Tanzfläche alleine Bomben Stimmung machen muss und daraus sich auf der Toilette die Augen ausholt, weil du ihn nicht beachtest. Ähm. Aber auf jeden Fall hat Shuyoka mit diesem Konter gezeigt, dass sie genauso schlagfertig ist wie Monte, wenn man ihm die Hand reichen möchte. Schaut übrigens auch gerne mal auf meinem Zweit-Channel JJ Riddle vorbei oder bei mir auf Twitch. Die Stimmung ist herrlich und wir geben immer alles. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Shuyoka und ihre Leute nicht nur chronisch Dinge missverstehen oder aus dem Zusammenhang ziehen, sondern auch, dass ihr mal die ein oder andere Auszeit guttun würde und dass joa man schon sagen könnte, dass Shuyoka durchaus emotional und manchmal auch etwas hysterisch reagiert. Ungefähr so. Hey Tyler, are you on your way to Algebra? Wollen wir uns in Frieden die Hand reichen? At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, no, I! I will survive! So, wie gesagt, wohin soll ich euch weiterschicken? Könnt ihr mir ja jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. wenn ich mich für ein paar nicht in die Kommentare Das ist ein bisschen